Hallöchen und willkommen zurück hier bei der Universum. Wir spielen weiter in unserem kleinen steinzeitalterlichen Stadt. Man kann jetzt schon wirklich sagen Stadt also oder Siedlung. Einfach eine Siedlung ist schon ziemlich groß. Wobei sind jetzt 24 Einwohner. Auch flächenmäßig haben wir uns schon ganz schön ausgebreitet. So, wir können jetzt diese Wasserpumpen ausbauen, die wir jetzt mal verbessern. Damit die auch mal ein bisschen besseres Aussehen bekommen und weniger Escape-Taste. Ich hasse sie immer noch. So, was auch immer. Ne, wir feiern das natürlich. Denn wir haben jetzt ein beschleunigtes Studium. Und ich habe genug Punkte, um meiner Bevölkerung etwas Partystimmung zu geben. Und da geht auch das Vollgang schon los. Sehr schön. Das kann ich auch vorspulen. Ich kann auch hier auch. Aber das kann ich auch noch nicht. Aber wir haben ordentlich was hochgejagt. Das ist ja bald auch Silvester. So, hier nehmen wir Nahrung auf. Hier nehmen wir Steine auf. Aber da ist gar nichts da. Äh, hier war überall mal Wald, ne? Hier war mal Wald. Ich würde sagen, wir müssen hier wieder ein bisschen Wald erschaffen. Und wir haben keine Kraftpunkte mehr. Und ich habe wieder Escape gedrückt. Sorry dafür. Die fahren jetzt ein Drummerhaufen. Such ein Piddy. Das war eine schöne Gebäude. ja wohl er ist doch hier ich hab doch hier ist auch ich hab noch geht reparieren wir reparieren jetzt los macht mir was für euer geld es passt ja echt nicht rein hier ist nur ein besucher das können zwei so ein unterschied hier kostet 10 wasser und da kostet sie mal so wer weiß wenn jetzt die laterne nicht wäre wäre es okay mit der laterne ist es wird halt komisch oder ist eine kerze drin aber es sieht nicht passend aus nacken berichten dass eine stelle der voll funktionsfähig ist sehr schön jungs wenn jetzt noch alles am lauten halten wird und ist natürlich natürlich optimal aber so naja so ich habe ich alle ja hier sind alle im ausbau habe ich noch irgendwo grundig ausbauen kann aber eigentlich nicht das müsste ja mit so einem schild dann sehen nein ist nichts zu sehen hier oben bräuchte ich halt noch mal wasser bei seiner wüste halten es gibt ein wenig vorrat aber das passt schon hier kommt jetzt noch mal wasser hin hier haben wir eine massage das ist gut mit happy end vielleicht noch so dann bauen wir hier noch ein kleines versorgungsgebäude krieg ich das hier mit hin hier kriege ich das sind sehr schön da muss halt mal die kleine kochstelle dort weg so es wurden spitze stücke entdeckt weil er immer auf steine geknüppelt hat der alte knüppler können die steine kaputt machen oder wie ist es damit den stein so wir haben dessen ist exzellent für slow roasting a few nuggets wir haben das jagen erforscht ich wollte nur kurz sein spruch zu ende machen lassen zu hier kommt dann die jagdhütte die mit hier unten hin dem wald will ich eigentlich nicht zerstören hier die gebäude auch nicht dann sind die wieder sauer wenn ich ihre gebäude kaputt mache so wir kommen hier hin hunting was hoffen nuggete nicht kann eine periode mass extinkt ich liebe perldeere es ist einfach nicht glücklich dass sie so gut nehmen wir noch ein paar bäumchen kann man die wüste bäume da kommt der kaputt gehen ok und es gibt jemand der mich glaubt aber wir haben langsam probleme mit der kriminalitätsrate crime ist almost non existent thanks to extreme public happiness also die ist zwar hoch aber es gibt noch keine verbrechen weil alle noch glücklich sind so sieht es jetzt aus das wasserat haben sie das schon ist das schon fertig aber das ist fertig okay gibt es jetzt noch da ist noch ein bisschen was dran gebaut und hier ist noch was dran gebaut und es macht dann 60 60 gleich das schon hat mal ganz schnell von 20 auf 60 hoch hätte ich gar nicht alle ausbauen brauchen so die jahre werden gebaut die bekleidung wird erforscht kurz rausborn ich habe ein leichtes kratzen im hals wachtürme werde ich dann brauchen wir haben jetzt einen gegner gefunden oder er hat uns gefunden mal gucken so das kommt dann da kommt das dann noch mal bestattungspraktiken brauche ich dafür die kommen ja dann nur so umstößeln danach können die leute länger leben oder ich gehe erst mal jetzt hier in den baum weiter hier hätte ich die biologie kann ich das krankenhaus upgraden die bauernhöfe upgraden das wäre eigentlich hiermit am besten oder halt bergbau gleich steinbrüche eine steinmine ok ein schuhwerk ausdauer drahtlose telegrafie der ruf eines nuggles kann nur bis zu einer gewissen distanz gehört werden was zu problemen wird wenn andere vor einer anstehenden gefahr gewandt werden sollen beispielsweise könnte der ruf ein rudelwölf ist in der nähe wenn aus so großer entfernung von nummer wird zu rudolf ist eine krähe werden es ist ja ok rudolf ist eine krähe wölfe sind der nähe wir forsen das war schon mal den tag es gibt so viel was wäre jetzt am wichtigsten ich würde schon sagen eigentlich biologie dann und dann botanik weil nahrung ist immer wichtig nacket beliefs you are real ok er denkt ich bin wirklichkeit oder mich gibt es wirklich mich gibt es ja auch wirklich wer hier da haben sich zwei verliebt das ist schön sie werden der bevölkerung bald neue arbeiter hinzufügen naja ok kinder erst mal dann arbeiter aber ich weiß ja wie es meint hier wird geerntet und hier jetzt auch warum gibt es hier nur vier von acht bist du etwa faul und hier wird schon wieder knick knack knick knack das ist das lokale lager symbol das zeigt an wie viele fische noch ausgeweitet werden müssen und die unsere dann die ausgeweiteten fische so zu sagen nacket finnisch und andere research item kreativ aber die haben noch keine kleidung können sie jetzt eigentlich immer anderes bild machen so dann haben wir gleich die holzverkleidung hier brennt sogar feuer drin wie sieht es hier aus nur 72 prozent voll hier fehlt stein hier fehlt stein wir haben nicht genug stein wie es aussieht die arbeiten so langsam nahrung haben oder genug drin aber halt keine steine noch mal nahrung noch mal raus die ihr habt acht mal nahrung dort stehen ihr habt einmal nahrung noch dort stehen ist okay sie baut wieder pflanzen an die sam sam qui und der tit die lane hing der baut auch wieder an und dann müsst ihr meine jagdgüter die können doch schon fertig sein oder ich brauche holz oder ihr braucht mehr holz dann gebe ich euch das mit telekinese natürlich sorry nicht erschrecken kann man jetzt an der baum anscheinlich ja kann man und ja hau doch nicht ab ich bin euch doch nur baumaterial ihr müsst ihr nicht jetzt fliegt von mir ich bin noch ganz friedvoll ja diese lampe die leuchtet das ist komisch das passt nicht rein das hätten sie auch mit der zeit upgraden müssen wäre besser gewesen so 60 die haben alles holz nehmen nicht mal solz wo dies fertig jetzt na jetzt ist alles da jetzt können sie ja bauen so ich habe wieder neuen follower das ist richtig gut immer folgt mir die lieben mich die bevölkerung ist es ein schnelles wachstum einmal frei dann kann ich auch wieder schöne sachen für euch zaubern 43 glauben wir mich von 133 naja das ist nicht so viel ich hätte niemals gedacht dass eine mahlzeit zu befriedigen sein kann haben wir jetzt eigentlich schon schlaue leute now open jetzt geöffnet und hier now open ja auch geöffnet sehr gut die die hier der kraft kreativ ich denke dass ich ein nugget verletzt ich muss ihn heilen aber was man finden da ist er so vor allem fix them right das war den schnell start okay das mache ich nicht ein trip bekommen die von mir nicht nö 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 das möchte ich nicht hier noch mal höchstens im freudentanz puh das ist auch teuer das ist richtig teuer hat sich jemand verletzt ne das ist ja noch die magie die habe ich gerade der habe ich ja gerade geholfen weil dafür habe ich auch keine göttlichen kräfte mehr jetzt hier ist ein brunnen der gebaut wird das gebäude ist fertig echsen süßigkeiten 47 prozent 46 prozent wir kriegen ja langsam gebildete nuggets das ist auch gut so ne ich möchte doch ablösen ja ablösen möchte ich den haben wir den schulden schlauen nehmen wir nicht schade ein einsiedler ist alles einsiedler warum sind ja alles einsiedler da gibt es noch mehr sortiert mal bitte nach bildung der als gebildet gut zu sehen wir haben eine forschung abgeschlossen jetzt gibt es endlich diese besseren reservat wir haben gleich gebaut so und hier mache ich jetzt auch einen schlauen rein der arbeitet wir haben einen schönen job so lange sie weg vom fahr sind die darüber etwas besser dann wenn die gebildet sind das wäre jetzt die nächste frage hat nun schulabschluss der hat auch einen schulabschluss ist aber kein favorit so alle die schule die schule die schule müsste ich noch ausbauen es ist gute maniere zu abwerten eure gage creator möchtest du die musik creator ich dachte mir über die violine zu nehmen es kommt in handig wenn etwas tragisches passiert das ist hier es fehlt überall stein ihr habt jetzt stein also die wasserausbaurate die ist jetzt hier geht jetzt richtig hoch das fehlen wir schon mal voll und es verdampft noch und es wird auch voll okay es muss halt für den winter reichen der verbrauch ist ja mittlerweile auch höher und hier kommen immer mehr häuser aber hier geht es nicht voran weil mir fehlen die arbeiter also die bauarbeiter die die gebäude bauen machen das auch nur die das wäre jetzt die frage haben wir jetzt hier schon jemanden der die anführt genau ja beschleunigtes studium das ist gut der bauch von der wasserpumpe wurde abgeschlossen sehr gut ich habe jetzt einen herzschlag hier auf dem headset was ist denn das was möchte mir das spiel damit sagen ich weiß es nicht hier ist schon eine komplett neue siedlung entstanden da braucht ihr auf jeden fall nochmal hier wasser da kann ich euch jetzt wo bohnen hin hier noch ein brunnen da noch ein brunnen und noch bisschen unterhaltung so und die nächste wasserpumpe ist fertig jetzt geht es noch höher wir haben hier immer noch 93 prozent also das ist noch okay ich pump hier ordentlich wasser ab aber es reicht noch so wie sieht es denn hier aus bestattungspraktiken ja das ist bald fertig nur minute 40 denn der friedhof ist fast voll und er braucht holz dann brauch ich telekinese habe ich jetzt ausgewählt sehr gut kann ich jetzt einfach jetzt nahe hin ich sehe noch jemanden töte jetzt kann ich ja gar nicht hinschicken ja lässt man da liegen was schon wir haben auch schön aufgepfostet ist nur genug da hat sich wohl immer wieder mal schwer verletzt das heißt wir müssen wieder heilen oder verjüngen besser gesagt nur wo mal wieder suchen hallo bist du ich sehe nicht durch den stürz verletzt aber wo meine wo bist du hier kann man jetzt drei machen wir eine wirken 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 gibt es hier wirken 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 es ist es ist hier macht mal mittelgroße tiere gemacht mittelgroße tiere mittelgroße fallen die auch selber stellen das ist für große tiere wo siegen die mittelgroßen tiere ich sehe nur Bären ja hier macht das schon so haben wir jetzt wieder genug Steine hier endlich 5.05 da fehlt nochmal Holz ja macht noch fleißig Holz das ist sehr gut hier fehlt noch alles beides und wir haben bald als nächstes die Biologie erforscht das heißt wir können im Friedhof ausbauen das ist jetzt auch abgeschlossen ein paar neue Plätze und haben sich wieder zwei verliebt das ist ja gut wir haben jetzt schon 157 leute da und zehn kinder es läuft geht voran so was ist jetzt hier oben hin Erfahrung der des Nuggets kleine Tiere zu lagen und Bonus zum Waffenschaden okay ne wer das schon hinbekommen denke ich mal dass wir genug Nahrung haben wie sieht es hier aus wird fleißig produziert wird auch fleißig produziert wir haben noch genug Nahrung drin nur kein Holz und keine Steine auf Vorrat haben sie noch genug mehr haben sie nicht die Lokalleger sind leer gibt es hier keine Träger hat sie schwer verletzt ja ich finde ihn aber nicht wo ist er denn da ist er ich hab ihn der jäger und ist ganz schlecht der muss funktionieren ich bin glücklich zu sehen dass du dich so guten Beispiele der und jetzt los der hatte keine Chance was ist hier oben für ein Symbol das ist rot ich weiß nicht was das bedeutet vier Minuten die Forschung kann es ja nicht sein das ist es auch nicht was ist das denn nein das wollte ich nicht sorry nuggets alles schickt wir haben im bunker wir können nicht weg wir gucken noch mal zum feind nur wenn ich darüber gucke ist halt nacht wo war denn war hier irgendwo da ach na ja das dauert ja noch neun sind jetzt hier die brauchen schon noch ein bisschen bis die wachsen nein das ist ja ordentlich das ist ja noch gar nichts neue leute wenn ich dir meinen stamm angucke 156 leute schon und die bauern hier häuser ohne ende wer gut zu wissen ob dann die nächsten häuser also wenn ich die dann upgrader bin da mehr leute rein passende theoretisch gute passen halt nur vier kinder rein aber deshalb zwei familie oder drei familien reinpassen dass sie der platzbedarf wieder etwas geringer wird aber das sehen wir dann um was das hier bedeutet keine ahnung das ist windrichtung zu lassen sturm sein im wirbelsturm ich weiß es nicht wir werden es erfahren so lange habe ich schon reservat habe ich schon reisen ihn habe ich noch nicht hatte als stein aber doppelt so schwer zu beschaffen eisen zieht sich gerne und das ist auch so richtig dieses neue material hat einen enorm anwendungsbereich von werkzeugen und waffen bis hin zu bauwerken und verstärkungen lasst uns nur hoffen dass nuggets es eher dazu nutzen ihre zivilisation nach vorne zu bringen als stich verbundene aktivitäten nachzugehen wir haben die bayern biologie erforscht biologie nach dass ich da nicht so krankenhaus upgrade ok 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 aber eigentlich krankenhaus oder sind leute drin damit muss verbessern habe ich noch gar nicht so mitbekommen dass auch mal leute drin sind wir haben halt echt zu wenig davon ich werde die zeitbilder schneller machen kann ich halt irgendwie langsam und ich glaube ich habe das wird dann im back weil die machen nichts die leute die stehen alleine rum ganzen träger stehen wiederum das heißt das spiel ist gelaufen würde ich denken so tut nichts ist ein arbeiter tut nichts tut nichts hier die brauchen holz gibt dem holz oder holen sich das selber tut nichts ist geht zur arbeit bestimmt hier fehlt stein die haben halt holz okay die arbeiten hier gibt es genug nahrung kommt die nahrung noch hierher da kommt sie hin da ist auch da es fehlt halt von allen aber warum machen die denn nichts mehr das war anscheinend das ereignis okay der kommt jetzt nicht zu mir ist weg das war anscheinend das ereignis okay euer kartei der 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 kartei noch mal eine blostklokon um die nahe kommt sie hat kein konzert ich bin lumit ich bin komplett klaちら Laboratory, hier ist ihr Anything Ich bin schon ganz glücklich mit der kartei der Kräger hier ist kein Landschaftus Kleine grooming sieht's aus Hayk der reiert wie sie stehen aber die haben holz bekommen jetzt passt also es geht doch noch voran audi stehen heißt jemand gestorben und eigentlich kein baum bauen ich wollte verjüngen gibt es noch mehr solche stellen jetzt ich habe gar nicht immer geguckt ich habe eigentlich nichts gesehen doch da so das ist auch weg da ist noch jemand gestorben ich habe nicht mehr genug punkte die pumpen haben geschlossene kreator ich hoffe du hast genug reservieren um ihre zivilisation durch den wundern zu gestorben ja ja das reicht nicht mehr ich brauche auf jeden fall noch ein friedhofswärter so bildung läuft gebäude sind alle ganz hier haben so das stein holz bekommen das heißt sie können produzieren geht nach hause ruht sich aus ihr sollt arbeiten und ihr euch nicht ausruhen hier weg mit ihr da kommt ein nugget hinter nur der wirkliches und noch im wirklichen feuerwerk wird gearbeitet ohne sinn und verstand sonst geht es hier nämlich gar nicht mehr voran da hat sich jemand verletzt ich habe nicht mehr genug power das ist jetzt weg okay so noch irgendwo leichen die brauchen ressourcen was brauchen sie denn time left 9 food kostet etliche cp die habe ich nicht weil ich meine leute helfen so gibt es hier noch irgendwo leichen müssen immer ein bisschen bestatter und helfen den ja da macht er die bäume weg das ist okay ich kann euch leider keine neuen pflanze ich habe keine power mehr dafür so habt ihr jetzt sachen ja ihr habt genug ihr habt genug also die ist doch nicht verpackt es tut sich was was ist hier alles stein 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 wie sieht es aus nahrungstechnisch ist auch okay die forschung ist leer habe ich nicht aufgefasst das ist ganz schlecht was erforschen wir denn aber es sind ja draußen wo sie müssen die so rumrasen hier könnte man bestattungspraktiken ja die medizinversuche mit bessere lebens fünf jahre und zwillinge um 50 prozent er will ich nicht aber es gibt es noch nicht okay dass demnächst wachtürmer große muckis machen wir jetzt den bergbau geben hier weiter es gibt es hier schönes sägewerk oder nach sägewerk requirement holzernte holzernte die dauererholung dafür dass die ausdauererhöhung erholung das und dann fünf jahre zur lebenszeit dazu so ist jetzt schon dort gedreht so möchte ich immer gucken so das wird abgegradet das wird abgegradet das ist jetzt auch endlich fertig das reservat ist gleich alle das ist nicht so toll das ist bestimmt das ist noch das ist noch voll alles schickt das reicht wenn man die cps jetzt das zeug oder ach so mein ich muss meine bevölkerung dazu bringen dass die das wollen so friedhof wird auch ausgebaut aber das dauert zu lang ich hab halt echt zu wenig von dem brauche ich ja wirklich zwei gebäude davon wir haben eh genug arbeiter das heißt wir brauchen zwei davon holzraffinerie vorhin habe ich es anders gemacht vorhin hatte ich erst die sternraffinerie so brauchen wir noch einen brunnen mit hin und da sind dann nach der arbeit sich noch entspannen können kommt hier noch so ein gebäude mit hin so das reservat wurde abgegradet aber es hat nichts daran geändert es hat noch immer kein dach was war das jetzt wurde jemand angegriffen die leute stürmen ab und ich gebe noch mal ein bisschen cp aus beeinflussung ihrer entscheidung deines version neigt zum akzeptieren also die kriegen nahrung von mir neun stück vielleicht kann ich die auch friedlich integrieren meine zivilisation wenn ich dann halt einfach mit der keule das reservat wird auch gleich fertiggestellt holz kommt hier ist auch alles voll wie sieht es hier aus 00 hier können wir noch ein bisschen nahrung rein machen theoretisch bräuchte ich ein lager nur für nahrung ein neuer nachbar es geht weiter noch eine neue stadt oder einen neuen gegner ganz am ende der welt new new tristram diese neutral zu uns das ist okay ich muss ja wieder nur nach hause finden die von jetzt ziemlich weit weg hier könnte man theoretisch hier könnte man theoretisch hier könnte man hier könnte man jetzt haben wir das schon jetzt der winter ist vorbei wir sollten wahrscheinlich einen hessischen um zu sehen wie viele nuggets erlangen majors für mich was ist jetzt hier los hier steuerung hallo Wir wollen Workaholics. Gibt es da vielleicht noch gebildete Workaholics? Würde es geben, aber bringt das was? Der ist ein Ingenieur. Wir nehmen nur aus Workaholics. Und Bildung ist egal. Ich habe das gehört, dass die Arbeit von Arbeit zu benötigen. Sie werden ziemlich beeindruckt werden. Hier müsste es eigentlich sein. Lager. Kriegen wir das auch hin, ohne was kaputt zu machen? Ja, krieg mal hin. Dann können wir nämlich hier sagen, keine Nahrung, hier nur die beiden Sachen. Es hat einen anderen Ingenieur-Kreator, ich frage mich, was es diese Zeit ist. Vorjungen habe ich noch drin. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Ist das abgegradet? Ne, immer noch nicht. Jetzt geht es aber los, jetzt ist alles da. So, da ist der Verletzte, der ist wieder geheilt, sehr schön. Forschungstechnisch, Bergbau läuft, ist gleich durch. Dann können wir eine Gaskrube bauen, warum immer ich jetzt eine Gaskrube brauche. Ich habe ja noch nicht mal eine Eisenmine. Kann ich hier einfach irgendwo hinbauen, das verstehe ich halt nicht, ne? Einfach, hier, kann ich hier... Hier unten nichts so vorhören. Als wir das letzte Binder-Research-Pierreview bekommen, verabschieden die Referenzen, mit dem Ethikkomitee und... Ich bin nur schuldig. Alles was es tut, wir gehen weiter mit dem. hier wird holz da haben sie holz hier haben sie habe ich jetzt zweimal das gleiche gebaut richtig schlau das ist sehr sehr schlau gewesen das kann ich gleich wieder abreißen ich brauch doch stein raffinerie nochmal von vorn bitte hier haben wir die gasgrube steht da was ich die baum ist oder steht das nicht da das gas nach dem besuch kann nun mit viel zeit und aufwand zu tage fördert werden wieder könntest du sogar spezielle werkzeuge benötigen sind dafür ausgerüstet durch die erde fläche zu brechen und riskante unterirdische gänge zu passieren um diese wertvolle ressource zu fördern sogar otte wo der gestank am schlimmsten ist suchen sie tapfer auf weil da verbrauche ich erst eisen und ich kann ich halt noch nicht bauen und steht da was da brauche ich halt holz und stein forschung steinberg hier geht's nicht kann ich hier oben hin bauen hier ist halt gelb warum ist es gelb lager ist fertig das lager ging schnell hier kommt nur nahrung rein hier hätte ich nur normale steine und holz mache ich mal noch mit rein dann könnte ich das nämlich immer voll machen schade dass die sagen kann davon nur 50 davon nur 50 das wäre noch richtig gut gewesen so hier kommt auch das zeug langsam und wir haben eine neue wahl wenn hätte man da gerne als präsidenten kostenlose wasserfilter in jedem nacken zu hause plus 25 wasernakkelrate wassergebäude verfallen doppelt so schnell das ist schlecht geburtenrate erhöht das ist auch schlecht das wächst man alles zu schnell sie wurde verweckte und nicht was das wurde wie eine leiter funktionieren hat sich verletzt okay hier ist die forschungsrate die nehmen und ich suche mal die frau die nicht mehr mit der leiter umgehen kann oder ist gleich gestorben friedhof haben noch zwei plätze hier müssen wir jetzt über nuggels zuweisen du kannst du kannst du hast das gebäude ist nicht nur dekoration ja ich finde sie nicht es könnte ich auch meine jäger gewesen sein hier war doch mal überall bald ich habe ja alles abgeholzt also schnell kann ich gar nicht weiter schaffen wie das weg holz und natürlich wieder das geld gedrückt und ich würde sagen mit diesen escape sehen wir uns dann in der nächsten folge schalte dann auch wieder ein und tschüssi euerop